Diese Yoga-Abfolge ist für körperliches Gleichgewicht und bringt euch in die innere Balance. Der Baum ist eine der einfachsten Gleichgewichtsübungen. Wir starten mit einem angewinkelten Bein, das nach außen rotiert wird und die Ferse wird an die Innenseite des Oberschenkels gebracht. Mit einer geraden Wirbelsäule werden die Arme nach oben gestreckt. Dann werden sie wieder runtergeführt ans Herz und das Bein wird herabgelassen. Nehmt euch dafür Zeit und hört auf euren Körper. Und jetzt zeigt euch Amanda eine Variation des Kriegers. Starten mit einer Einatmung und bringen die Hände über den Kopf, bringen die Hände wieder vors Herz. Mit einer weiteren Einatmung lassen wir die Hände über dem Kopf und nehmen einen Stand nach hinten, rotieren den Fuß, strecken die Arme aus und bringen den vorderen Arm nach unten zum Fuß. Dabei bleibt der andere Arm gestreckt und wir schauen der Hand nach. Der Rücken ist gerade. Zurück in die Ausgangsposition und der rechte Fuß wird zurück zum linken gebracht. Wir enden mit den Händen vom Herzen. Jetzt zeigen wir euch noch eine Variante des Sonnengrußes. Hiermit bekommt ihr euren ganzen Körper in Bewegung und könnt ihn aktivieren. Wir starten mit dem großen Einatmen und einer kleinen in die große Vorbeuge. Der rechte Fuß geht nach hinten in einen Ausfallschritt. Der linke folgt und wir gehen aus der Plank runter auf den Boden. Rein in die Kobra Stellung, schön die Schultern durchdrücken. Aus der Kobra. Gesäß nach hinten in den herabschauenden Hund. Und nun den linken Fuß nach vorne. Und der rechte folgt. Mit einem großen Einatmen öffnen wir das Herz, Hände zum Himmel und beenden den Sonnengruß mit einem Namaste. Das Ganze könnt ihr fünfmal wiederholen. Und jetzt bist du dran. Finde deine Mitte. Für weitere Yoga-Tipps und die passenden Outfits dazu geh auf sport2000.de